Hallo Leute, was geht ab? Willkommen zu einem neuen Video und mir fällt gerade auf dass der Bildschirm wieder mal zu klein ist so besser? Weiß nicht keine Ahnung auf jeden Fall, ich hab was neues gelernt, das eigentlich jeder YouTuber macht. Ratet was es ist Ey ich hab gelernt Videos zu schneiden Hört sich mal die Musik an, die ist geil Habt ihr den Motschop? Habt ihr den Motschop? Wenn ja, dann schreib's bei TikTok in die Kommentare Hast du bestimmt jetzt? Ja Auf jeden Fall, ich hab gelernt Videos zu schneiden und diesen Mots wollen wir nicht spielen den auch nicht Wir machen heute die eine Kiste Mood Challenge Wir sehen uns wieder wenn ich auf der Startinsel bin Bis dahin Oh, ihr seid ja schon da, scheiße Ich hab doch gesagt, ich kann Videos schneiden So eine Kiste Loop Challenge Waffen auf den Boden aufpicken Das ist halt so eine Sache Weiß ich nicht Keine Ahnung Ne Wir machen ne Ich würd sagen Ich würd sagen Und dann Scheiße Ja Shit, ich hab wieder Team Auffüllen Ich vergesse das manchmal Ich wollte gar nicht Trio Da ist irgendwo Da ist vor der Geheimdrucker Da gibt's mehrere Kisten Aber ich darf hier nur eine Luten Da würd ich dem Gegner was schenken Egal Kannst du dieses Lied Egal Und ich sag Leiter ist super, super geil Mein Backplank ist übrigens Mini-Breaks Ich weiß nicht, was das ist So Rücks ist halt voller Ebenbunders Deswegen Hab ich jetzt Bann Egal Egal Also wir landen hier Ich schau nur auf Handy Also ich muss sagen Die Grafik ist nicht so schlecht Hört auf die OG-Grafik ne Boah ist das schwierig Auf Handy so zu schauen Boah ich schau lieber auf Switch Ich hab nur so ein Sturmgewehr Ich hab nur so ein Sturmgewehr Ich werd wahrscheinlich erst so verkacken So So Also ich würd sagen Wir sehen uns wieder Ja wenn ich ein paar Gegner hab Hätt ihr das gedacht Hier direkt Ich bin ein paar Meter gelaufen Hier sind Steps Ich hab jetzt ein bisschen Ich hab jetzt ein bisschen was Wenn ich richtige Gehen hab Kommt dann Nervt dieses ständig Video Puzzeln Und wieder aufnehmen Und wieder aufnehmen Weiß ich nicht Was ist Ich muss jetzt einfach mal mit dem auf Also Waffen Upgrades Darf ich vom Boden aufpicken In diesem Fall Also Das heißt Sturmgewehr Und Scar heißt es ja auch Sturmgewehr Keine Ahnung Oh Carrot Oh Ho 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 Digga Ich hab ihn Warte Ich schmeiß ihn mal von hier runter Ich liebe es Leute wegzuschmeißen Er stirbt halt nicht davon Da razón werden Shot kassiert Digga Ich Ok 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 Nimm dein Scheiß -Mari übertreib mal nicht wie hält der eigentlich aus also die scar darf ich nehmen weil warte ich zeig es euch mal tja so kollege ich brauche jetzt einen scar sorry ich musste ihn finishen ich brauche das alles gar tja wir sehen uns ok ich lasse es ich lasse es jetzt mit wieder schneiden ok ein bisschen ja gut ein bisschen muss ich halt schneiden weil sonst ist ja kacke wenn ich da einfach so kacke einfach auf jeden fall jetzt geil wieso ich kann irgendwie so nicht so fröhlich bin ja ich bin müde ich weiß nicht wie viel wir haben auf jeden fall ist schon stock dunkel deswegen ist die grafik auch so gut ich geh zu meinem team kollegen vielleicht werde ich auch gekillt ob ihr es glaubt oder nicht dass alle einfach skippin die toilet gebaut ob es geht oder wie ein kack oder wie ein kack ist das Was ist das? Wow, wow. Wer wandert da? Ja, von welcher Richtung? Ich gehe jetzt mal zu diesen Lagerhallen. Hä? Ja, schwindet auch noch. Ja. Das ist, wenn man eine Challenge macht. Und leider solche Waffen nicht mitnehmen kann. Was war das gerade für ein Deutsch? Ich hätte einfach mal Blau und Jila Waffen Challenge machen sollen. Vielleicht kommen heute zwei Videos raus, wobei ich immer noch nicht so kenne. Welche Zuhörer habe ich gerade noch nicht so gesagt? Naja. Ich kann kein Deutsch mehr. Äh, bitte was. Natürlich. Natürlich, Fortnite. Nimm mich doch komplett. Hopps, ey. Das muss man Kollegen wiederholen. Boah, bitte haben Munition. Ja, bitte. Hm. Ja. Ja, wir sehen uns nicht in der nächsten Runde. Ich habe keinen Bock mehr. Gar keinen Bock mehr. Wir sehen uns in der nächsten Runde. Ich bin nicht so auf euch. Ich bin so auf den scheiß Gegner. Ich habe gesagt, man ist sorry. Sorry. So, wir sind zurück. Hey, Freundschaft finden leicht gemacht. Das habe ich wirklich gemacht und es hat fast funktioniert, bis er mich doch einmal angeschossen hat. Weil ihr ja gemerkt habt, ja, Dingens. So, ganz normal, ich hatte leider keine Munition mehr in RPG. Ich hatte aber noch Munition in anderen Waffen. Okay, wir gehen da raus. So, aber dann hat er geschossen, habe ich ihn mit RPG bedroht. Die Rakete, das ist so ein Bug jetzt, die steckt da immer noch drin, obwohl da keine Rakete ist. So, dann habe ich ihn damit so bedroht und dann hat er aufgehört zu schießen und wir waren fast befreundet, bis er dann nach zwei Minuten angefangen hat zu schießen. Freundschaft finden leicht gemacht. Das ist ja irgendwo... Nope. Oh, eine heilige Kiste. Und einer hat schon instant eine Waffe und hat es auf mich geschossen. Pistolen-Duell, komm. Pistolen-Duell. Komm, Bruder. Trau dich doch. Tu dich doch was, Digga. Tu dich was. Komm her, komm her, Bruder. Ich bin ehrenvoll. Alter, warte. Ich smash den nochmal weg. Garmin. Er ist rausgegangen. Was ein Noob. Was ein dreckiger Noob, ey. Aber echt, der hätte sich was tun sollen. Tu dich doch was. Wenn du dieses YouTube-Video schaust, tu dich mal was. Und dann mach mit mir Freundschaft und ich darf keine andere Waffe nehmen, außer halt Upgrade. Und Upgrade ist Schießeisen. Weil da darf ich dann jede Art von Pistole nehmen, außer Maschinenpistole. Oder warte. Nee, doch nicht. Ich lasse jetzt einfach genau diese Waffe. Pistolen wollen auch gespielt werden. Ich finde dieses Schießeisen voll gut. Ich kann voll gut damit umgehen. Genau wie mit dieser halbautomatischen. So, ich bin jetzt Bademeister geworden. Okay. Warte. Ah, shit. Ich schalte dreimal auf diese Dingens. Ah, warte mal. Oha, beste Idee. Während ich hier Quatsch mach, ja, mach ich Quatsch. Alter, fast geschafft. Mir ist jetzt langweilig. Ich hab keinen Bock, Karte einzusammeln. Also, ich hab's geschafft. Yeah. Ich hab mir das jetzt geschafft. Darf ich's mitnehmen? Nee, komm. Kann ich mal in den Kommentaren schreiben? Ich hab grad ne Download über Dana. Könnt ihr in den Kommentaren schreiben? Hallo, darf ich mitnehmen? Äh, ob ich auch Upgrades von den Waffen mitnehmen soll? Könnt ihr auch in die Kommentare bei TikTok. Sagen wir wirklich, Kommentare geht hier nicht. Auf YouTube. Aber auf TikTok. Oder ich hol dich wieder, Kollege. Ich stell mich immer hier drauf, da ist man wie unsichtbar. Der Typ beobachtet mich halt immer noch, ne? Wow. Naaaaa. Wieso mach ich's so? Boah, ich liebe diese Tennis, die sind lautlos, der... Organe Musik. Warte, ist meine Konsole eigentlich auf Kante viel laut? Ja. Boah, ich bring irgendwann auch ein Sky-Basel draus. Ich hab da ne Idee, ich hab schon Text aufgeschrieben, ne? Mein Lied läuft ja. Nee, Spaß. Ich mach mal nen Witz zurück. Ich mach mal nen Witz. Das war's für heute. Ich hab's schon gerne gesprayt. Keine Ahnung. Was macht er denn von der Scheiße jedes Mal? Ähm, hallo? Ist da die Logik? Ich hab eine angerufen. Ich hab einfach Monster nachgemacht, ne? Oha, 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 Digga. Man holt direkt Pampe raus. Hä, was ist hier grad angegangen? Oha, das war creepy. Bei mir ist einfach Licht angegangen. Ja, warte, guck. Was machen wir? Oha, oha, oha. Tja, eine Hunde schock ich noch, aber das war jetzt echt unheimlich. Warte mal. Ich lass mal an. Könnte aber ein bisschen an der Grafik stören, aber mir jetzt egal. Sooo, ich geh zum Beispiel und stell das um, aber ich pausier jetzt erstmal. Wir sehen uns in der nächsten Runde. Wir sehen uns in der nächsten Runde. Oh, ihr seid schon da. Scheiße. wo sollen wir landen solchi wenn es heute gestimmt hat den von dem den kommentar leidig aber ihr müsst ehrlich sein ihr könnt nicht einfach in diesem moment jetzt sollten schreiben wenn das wäre ja wirklich das war richtig ja mein mann kann kann man so gut sein ist scheiße ich habe solche übersprungen danke dass die nacht 2 so ich hatte mal von der poster ist wieder falsch ich hab die von der vierten zweimal als poster mal dicker sagen bei mir bei dingens da ist so ein punkt da lande ich da eine kiste das letzte runde letzte was war das hatte cool einfach mpc was das denn was kapitel dingens irgendwas oder was das und ich mache den musik kaufen könnte nur oder bin dann kennt ihr das ist es so von bomben so tabletten verpackung ist voll cool aber das ist ein bonbon und das macht halt das macht halt den halstaub da kann man nicht mehr so viel husten weil ich habe einen extremen umhusten irgendwie ich hoffe ich bin jetzt mal eine pumpe oder richtig geile waffe schreibt in kommentare was für die kiste drin sein 321 wenn in diesem moment geschrieben habe ich habe das was ich wollte ich hasse es ich bin mal ein dreißigster geworden was ich zeige euch mal meine fotogalerie ist gar nicht mehr so lange her warte du warst jetzt da einunddreißigster das war sehr sehr scheiße kommt scheiß drauf eine runde noch wir sehen uns nächste runde und ich möchte ganz kurz die tür zu und ich möchte ganz kurz die tür zu so es gab zwei kleine zwischenfälle deswegen hab habe ich ihn nicht auf äh dingens auf stadt insel aufgenommen und ich mach mal jetzt abseits noch ich hab keinen bock auf gegner den ich ständig kronen meinung dann hat sie was das tun was für er geht auch schon heute wir sehen uns wenn ich eine waffe aus der kiste hab ich bin hier einfach in ein fußballstadion runter gegangen was das denn hielt erisch schießt tor boah alter da liegt ein rocket launcher ist so scheiße dass ich es nicht mitnehmen kann ich baller hier an dieser seite tor weil da sind die schmutzwaffen ich bin für rocket launcher und nicht vom netz bitte 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 so wir sehen uns wenn ich eine waffe habe so ich habe sogar zwei waffen aus einer kiste das wäre jetzt geil das wäre jetzt geil jetzt können gegner kommen jetzt können die kommen hä man kann die nicht mehr bewegen nein nicht schön schauen epic games bringt es wieder rein dass man die bewegen kann und bomb wenn man die bewegt schande obwohl ich die waffe eigentlich schon selber habe keine schande so er ist voll er ist voll duster hier im fordner er ist so eine stimmung aber wir gehen in Richtung Chelsea ich habe keinen bock so ein kack kein gegner erst wollte ich keinen gegner und jetzt will ich auch immer ich kann mich gar nicht bauen noch soll ich mal editieren äh 90s crank ich kann mich schon schnell bauen noch shit habe keine materialien mehr gehabt jetzt hätte ich noch nicht viel gebaut in der haus eine kundenschneide zwei sekunden ja wir wir sehen uns wenn ich ihn getötet bin wenn er getötet direkt als ich auf haus war hat einfach niemand und äh und 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 das war's von diesem video warte ich mach noch einmal diesen einen geilen dance und und ein ja und 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 Das war's von diesem Video. Bis dahin zum nächsten Video. Ciao.